Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem League of Legends Game. Wir befinden uns gerade in einem Ranked in der Promo zu Diamond. Endlich, weil dann könnte dieses hässliche Platin-Symbol von meinem Profil verschwinden. Das Ganze ist nur Flex-Ranked und das ist auch nur die Pre-Season. Deswegen müssten wir sowieso, sobald die Season dann richtig losgeht, nochmal richtig tryharden. Und ich werde oft gefragt, Mike, was ist dein bester Champion? Und die Antwort daraufhin ist... Evern. Ich darf Evern Support spielen und ich hoffe, dass das Ganze gut funktioniert. Evern ist super broken. Ab Diamond und höher hat Evern die ultimative Win-Rate und viele haben jetzt sein Potenzial entdeckt. Auf loweren Bereichen ist die Win-Rate von Evern nicht so hoch. Liegt daran, weil Evern quasi die Plays vorbereitet und das Team mitspielen muss. Das war knapp. Aber wir haben den Flash bekommen. Okay, guys. Are you ready? Round 2? Is it like, just do it? Oh mein Gott. Das ist der Double Invade. Are you serious? Okay. Man muss nicht übertreiben hier. Man muss nicht übertreiben. Du fragst hier am Shyvana. Shyvana startet wahrscheinlich oben. Das heißt, ich könnte den Blue klauen. Da kommt der Katus. Das könnte sein... Ah, das wird unlucky, wenn er jetzt um Warden geht. Ah, wir kriegen auch noch das Exhaust. Ist das nicht sweet. Ist das nicht sweet. Die Karma weiß, was ich vorhabe. Ich laufe nach links einfach weg, weil der Bot Lane schon kommt. Ich kann jetzt meine Q schießen und dann raus. Das bedeutet, ich habe den Blue Buff geklaut. Das bedeutet, wir haben Flash und Exhaust von Katus. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Mein Twitch ist Level 2. Ich müsste mich mal hier an den... An den Teilen heilen, aber mein Q hat gerade nichts... Warte mal, die Karma ist Level 1. Eigentlich müssten wir es ausnutzen. Okay. Sehr aggressiver Move vom Twitch. Er schreibt auch direkt my bad. Fuck, keine mehr nicht bekommen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erst noch ein bisschen chillen. Ich bin Level 3. Karma ist Level 2, aber der Twitch ist zu low. Ich würde jetzt gerne fighten. Everns Schwäche ist vor Level 6, by the way. Ähm. Ab Level 6 finde ich Everns strong. Die Gebüsche stehen. Ich habe Dexwing die Gebüsche gestellt, weil ich gerade noch einen schönen... ...Waffparad habe. Ein bisschen getradet. Normalerweise gehe ich ab irgendeinem Zeitpunkt gerne hoch und mache die Krabbe. Aber wir sind gerade übel eingeschnürt. Dieser erste Trade, der lässt uns hier nichts machen, außer dass wir den Tower ein bisschen knuddeln dürfen. Ich kann mal wirklich in Q reinschießen, sage ich. Das machen sie immer. Do it! Hast du euch gesagt? Ah! Ich wünschte, ich hätte Geld dafür verlangen. Ich weiß nicht, warum Twitch auch unbedingt da neben dem Gebüsch stehen will. Das war irgendwie nicht cool, dass die Karma... Das siehst du? Okay, das war mein Smite-Move. Hat leider nicht funktioniert. Okay. Jetzt haben sie wahrscheinlich gewordet. Ich verbinde das Gebüsch mal nicht. Äh... Okay, wir haben einen Flash bekommen. Krass, wie schnell der Lee aufgibt. Jetzt haben wir doch wieder unsere Sums. Ah, Shibana ist da. Das macht Sinn. Die Sinn hat noch Flash. Schade, dass er nicht hinterher gegangen ist. Wenigstens kann Twitch farm. Es ist gerade eine übelst eklige Lane. Aber wie gesagt, sobald ich Level 6 bin, sobald ich mein Sidesong eingekauft habe und ich ein bisschen mehr Tankness habe, da kann ich ein bisschen mehr rumdancen. Scheiß, mir fehlt ein Million. Dann wäre ich Level 5, weil wenn ich Level 5 bin, kann ich die Buffs teilen. Wird er schon geteilt, weil ich mit dem Level 5 gewonnen bin? Nope. Leider nicht. Ich kann eigentlich schon fast die Botline holen. Ich kann euch meinen Sides gruppen. Ja! Ja! Ich kann euch zählen. Ja! Ich kann euch jetzt malen! Wollte sie riven oder wusste sie unten Bescheid? Du hast das Schild, Dude! Kill ihn! Yes! Voll das Mikro angespuckt! Das ist cool, Alter! Fuck! Das war funny! Endlich mal ein bisschen Action! Leider ging es nicht optimal aus. Da sind doch noch viele Leute mit gestorben. Ich gehe erst in die Base und hole mir dann den Red Buff. Sidestown habe ich gesagt. Das ist Pflicht. Das schonmal einzutragen, Pink, Watt. Ja, das ist nice. Red Buff gönne ich mir. Der Twitch versucht den Red Buff zu kriegen, aber er kann es nicht. Oh, es ist gut! Hmm... Karma fehlt by the way, wo ist die Karma? Okay, da ist sie Ich lass mich noch kurz die Krabbe machen Ich lass mich noch kurz die Krabbe machen Boah, wenn der Twitch ist ein bisschen besser spielen würde und ich jeden Skills einsammeln würde Das wären Kills Das wären schon einige Kills, die wir hätten kriegen können Ich wollte kurz, ich hätte Daisy wahrscheinlich direkt raus holen sollen Oh 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 So schießt man skill schütz das geworden ließen wird in lane kommen wie es aussieht ich habe kein schild ich hätte auch jetzt auf die schnelle keinen grünen stack rausholen können da wird dann will er noch den tower ziehen kriegen wir den da schild ich mich einfach ok ich bin jetzt gerade etwas ruhiger aber dieses game sieht gut aus eben im late game unbreakable erstmal hätte ich gern das op item redemption heißt das gute stück ist herr Oh, 3 Qs trifft er nicht. Okay, am Ende haben wir die Karma bekommen, obwohl Hauptziel der Lucian war. 0, 0, 6. Warte mal, ich will den Blue-Wurf nennen. Das ist... Diesmal ist er nicht da. Der Grump ist da. Den Grump nehme ich mir. Dann ist die Frage, wie sieht es mit den Wolfies aus? Die sind auch da. Was sind es hier? Ein paar Wards setzen. Fuck, ich bin ein bisschen verspätet da, ey. Unlucky. Das ist gewordet. Deswegen. Sphere Nerds. Oh, was ist denn los? Warum treffe ich gerade nichts? Das war der letzte Q, den er hätte machen können. Fuck. My bad. Da habe ich zu viele Qs gemisst. Diesmal war es mein... waren es meine Qs. Aber den kriegt er auch. Guter Dodge. Noch ein guter Dodge. Noch ein guter Dodge. Jetzt kommen die Twitch Plays. Und der letzte Q wieder. Kartos Ulti geht noch for free raus. Komm, wir bauen erstmal Redemption. Scheiße, das war mein erster Tod. Riven kann währenddessen durchpushen. Es ist gerade ein Game, wo der Jungler sich am Anfang wirklich überwiegend auf die Top und auf die Mitte konzentriert hat. Das hat auch wohl, wie es aussieht funktioniert. Dann am Ende sind Twitcher nicht auch noch irgendwie zurückgekommen. Ich bin bereit, ey. Riven und Ivan ist ein super Combo. Schade, wir dachten beide, dass hier der Jungler ist. Weil er vor hochgelaufen ist. Da kommt Karma. Aber es ist nicht nur Karma und deswegen versuche ich zu laufen. Oh Gott, was ist denn los? Also jetzt, du. Jetzt, äh. Thirds getthrowed gerade. Redemption ist ab. Das ist schon mal super. Jetzt würde ich gerne das nächste Schild-Item. Man spielt mit Speakers of Blessing, sprich hiermit, Windspeakers of Blessing. Und man hat einmal sein eigenes Schild, man hat das grüne Schild, man hat das gelbe Schild. Und man hat auch noch die Heilung aus Redemption, die ebenfalls Schilde erhöht. Und am Ende ist es mit Ivan so, dass du ein Support-Tank-Annoing-Shit bist. Und am Ende können die Gegner dann nichts mehr wirklich machen. Ah, du stehst zu. Jetzt, Ausrufezeichen war da. Ja, die mussten jetzt gleich kommen. Guys! Woher kommt keiner? Niemand hat's gesehen, du Mist! Wieder nicht! Das kann nicht sein! Das sind die beiden Links, die hätten sich hier aus Kartus einer Passivwürf rein können. Okay. Er opft wird sich für das Team der Ivan. Beide Hände in die Luft. Und ja, 11-3-3 Riven geht ab. Oh, 4-Minute-20-Inhibitor. Nein, Inhibitor nicht. Ich glaub, die machen wir den Turm. Du, die waren früh 10. Okay. So ist es deutlich sicherer. Was ich an Inhibitor mit Smite mag, ist einmal, dass du dem Gegner halt sehr schnell Buffs klauen kannst. Aber auch, dass du dich vom Level her einfach abhebst. Ich bin jetzt ein Level über Karma momentan. Das ist noch nicht ganz so viel. Aber manchmal gibt es wirklich Games, wo du merkst, ey, du hast so viel XP durch den Jungle zusätzlich gefarmt, dass du irgendwann so eine Art Zwischensupport und Top-Laner wirst, also von der Power her. Den Redpuff klau ich noch. Also, was ist jetzt Klauen? Ich nehm ihn an mich. Auch etwas, was ich sehr mag, even mit Redpuff. Auf der Lane darf man es nicht mehr schätzen. Wenn er anfängt zu harassen mit seinen Range-Auto-Tags, ist das schon sehr stark. Riven ist ein Bot. Ich glaub, ich... ...water mal hier die Bot-Side. Einmal hier, einmal hier. Twitch geht noch rein. Ich denke. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht Riven doch wieder rein. Fuck, er wird Ultien. Fuck! Fuck! Ja, Shyvana kommt, wir sollten abhauen. Schade, ich kann hier kein Schild mehr geben. Da hab ich mit meinem ersten Ping ein bisschen gebaitet. Riven kommt auch immer wieder weg. Die ist so fett. Gott, wie kann ich sowas missen? Wie kann ich solche Cues missen? Aber hey, wenigstens... Wenigstens ist die Lache cool. Ja, Twitch bekommt noch ein paar Schilde. Wieder drei Kills. Die Riven geht einfach nur rein. Wir kennen sie nichts. Dann heilen wir nochmal das Team mit The Redemption. Da muss ich flashen, Alter. Are you serious? Ey, komm! Und sie wird rausgekickt. Ne, der Kett ist noch nicht schön gut Damage. Jetzt schieben sie sich gegenseitig die Schuld zu. Aber ganz ehrlich, der Lee hat angegriffen. Der hätte einfach Q-Smile-Q machen müssen. Und ich kriege immer mehr Schilde. Ihr seht schon an den Stats 0-3-17. Es wird immer cooler. Genau, lass uns den nächsten Drachen machen. Ja, sie smiltet mich noch. Aber zu spät, zu spät, zu spät. Ich kann mich da übel gut reinflanken. Ich kann mich da übel gut reinflanken. Ich denke, den Shit. Ich brüven geht deep. Holy shit, habt ihr das gesehen? Wie viele Schilde sie hatte? Wenn ihr mehr Bock habt auf Events und was man in der Lage ist, mit Events zu leisten, guckt euch mal Beef am Dienstag von letzter Woche an. Da habe ich mit Selfie zusammen eine wunderbare E-Bern-Kombo gespielt. SHIERP ME! Fucking SHIERP ME! DAISY, greif doch, mann! DAISY! Wow, sie greift... Alter, dieser fette Golem, ich hab ALT gedrückt, ich hab R gedrückt, ich hab ALT gedrückt! Please fix him! Did you ever play? Wuhh! Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein Sieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit DAISY. Ist super interessant, aber wie gesagt, sie ist schwer zu spielen. Äh, DAISY sag ich schon. EVILN! EVILN ist schwer zu spielen, deswegen hat er auch nur eine gute Win-Ride auf Höher Elo. Ähm, auch ich hab viel zu viele Qs gemisst, aber ihr seht vom Spielsthema hin und her, das ist super, super, super geil. Ich wünsch' euch noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal! ARD Text im Auftrag von Funk